Okay, 3, 2, 1 Milch Milch Musik 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 Hi, Hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen Video Heute machen Unser kleiner Heute machen wir ein Geschmackstest von Fanny Frisch die Chips vor allem am Chicken Nuggets Style und gerostete Paprika also diesen gebraten waren gebraten das sind neue Sorten und wollen wir sie jetzt probieren Ja Ja Das ist so funny Kugel, du wichst so viel Ja, Kugeln Oh Ich riecht jetzt mal nach Chicken Nuggets Ja? Ja Ja Oh ja, riecht mal richtig Und jetzt machen wir die gerostete Paprika Das geht auf neu Sie riecht scharf, aber nicht nach Chicken Nuggets Oh Oh, ist der neu Hä? Das ist neu, das nicht Ja Und Und Wer probiert jetzt von uns als erstes? Ich Ich Okay, aber Bewertungen sein Was für erst? Chicken Nuggets Nee, gleichzeitig alle Auch nicht Auch nicht Achso Ich schmecke nach Chicken Nuggets Und Schmeckt gut Und Schmeckt gut Fast normal wie die normalen Pfannebrüste Und Eins von zehn Punkten Eins ist das Beste Zwei Ähm Warte Warte Wollen wir jetzt die Handel machen? Oh ja, ich habe meine Bewertung vergessen. Man muss mehrere Schubs essen, dann schmeckt das erst ein bisschen nach Schinken-Nuggets. Als erstes schmeckt das normal, dann noch ein bisschen nach Schinken-Nuggets. Und ich gebe dafür ein Schwein. Jetzt machen wir die anderen. Was hast du gehabt? Paprika. Ja, gerottete Paprika. Okay, wollen wir alle einnehmen? In den Rosen. Nein, Josi auch einnehmen? Ja, Josi. Okay, drei, zwei. Nein. Nein. Das ist du. Hör mal. Schmeckt das gerottete Paprika. Und dann noch ein Stück. Okay. Josi auch? Nein. Nein. Nein, ich bin dann. Und Josi, wie sind die? Filmen. Nein. Nein. Die haben den Geschmack hinbekommen. So. Und wie viel gibt der Daffel? Ja! Okay, das geb ich ne! Auf jeden Fall ne! Ich geb alle 3. Das schmeckt ja nicht so eklig. Das mit 2 und das mit 10. Ne, das ist für mich ne 1. Also lieber die Nackt. Das war's mit unserer Video! Gib uns einen Daumen hoch und abonniert uns! Tschüss!